Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Kotlin. Heute wollen wir uns angucken, wie wir unsere Funktion auch was zurückgeben lassen. Das heißt, nehmt euch mal zum Beispiel ein Beispiel an der Additionsfunktion. Ja, also einfach Sachen aufeinander drauf addieren. Ich weiß nicht, wie alt ihr seid, aber wahrscheinlich könnt ihr mit Plus und Mal und Minus und Geteilt und so weiter was anfangen. Ich hoffe es zumindest. Und ja, was wir im Endeffekt da haben, ich nenne sie einfach mal FunAdd, ja, also die Funktion Add. Wir haben zwei Zahlen oder eine beliebige Anzahl an Zahlen und diese zwei Zahlen, die wir jetzt hier in unserem Beispiel haben, heißen A, sind vom Typ Int und heißen B vom Typ Int. Das sind die beiden Zahlen, die aufeinander addiert werden sollen. Ja, das kennen wir jetzt bereits. Und jetzt wäre es so, wir wollen A plus B berechnen. Nun ist aber das spannende Ding hier, wir wollen, dass dieses A plus B in unserem Code weiterverwendet werden kann, okay. Das heißt, wir wollen ja nicht einfach dieses Addieren aufrufen, aber danach nichts mehr mit dieser Zahl anfangen zu können, weil sie über Printline ausgegeben wird. Also ich zeige euch das mal eben. Printline A plus B, ja, das wäre das, was wir bislang gemacht haben. Und das hier würde ich jetzt einfach mal ausklammern. Das ist das Schöne da dran. Das heißt, das können wir wegmachen. Okay, noch ein kleiner Funfact am Rande. Mehrzeitige Kommentare könnt ihr mit Slash und einem Sternchen bis zu dem Sternchen und dem Slash machen. Danach, der restliche Code ist wieder verfügbar. Ich mache das jetzt nur gerade, damit das übersichtlich bleibt. Wir brauchen den Code nachher noch, ja. So, also jetzt wird natürlich aktuell wieder einfach nichts ausgegeben, weil wir keinen Code ausführen. Das unten drunter habe ich mit einem IfFault rausgenommen und das hier oben ist ausgeklammert. Also quasi ein Kommentar nur noch und Kommentare werden nicht ausgeführt und die Funktionen werden sowieso nicht ausgeführt. Wieder zurück zum Thema. Wir haben hier offensichtlich die Funktion Add, ja. Das heißt, ich kann hier sagen Add und dann möchte ich zwei Zahlen zusammen addieren. Also zum Beispiel 5 und 6. Was ja offensichtlich, ähm, also klar, ich kann auch einfach ein 5 plus 6 schreiben. Das ist nur ein schönes, einfaches Beispiel, mit dem ich das schön illustrieren kann. 5 plus 6 ist 11. Wissen wir, wird auch ausgegeben, aber wie kann ich hier weiter damit rechnen? Ich habe hier immer noch kein Ergebnis. Ähm, was hier zum Beispiel war x vom Typ int ist gleich, naja, 5 plus 6 eben, ne. 5 plus 6. Wie kann ich das hier in dieser Funktion haben, sodass ich danach auch weiter damit rechnen kann? Ich kann mir ja hier auch eine Variable x schreiben, also war x vom Typ int ist gleich a plus b, ja. Funktioniert auch wunderbar. Danach kann ich diese Variable x auch wieder auf der Konsole ausgeben, aber ich kann damit immer noch nicht weiterrechnen. Ich kann hier mit dem Ergebnis dieser Berechnung nicht weiterrechnen. Und teilweise sind halt solche Berechnungen ein bisschen größer als dieses 5 plus 6. Für 5 plus 6 würde ich mir keine Funktion schreiben. Für sowas würde ich mir eine Funktion schreiben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier diese Reihe haben möchte, in einem Array drin zum Beispiel, und ich möchte, dass das weiterverwendet wird, also dass ich damit hier irgendwas machen kann in meinem normalen Hauptcode, dann muss ich dafür Return-Werte verwenden. Das heißt, ich sage meinem Programm, hey, schau mal, gib das zurück und damit möchte ich gerne weiter im Code, in meinem aufrufenden Code, also hier unten, arbeiten. Und das mache ich, indem ich hier eine Variable habe, in der das Ergebnis am besten drin steht, also x zum Beispiel, und dieses x gebe ich jetzt zurück mit dem Schlüsselwort Return. Das heißt, ich sage hier Return x und dieses x wird dann am Ende hier unten weiterverwertet. So, das heißt, ich kann hier sagen, okay, ich muss nicht 5 plus 6 hier aufrufen, sondern ich kann tatsächlich meine Funktion mit 5,6 verwenden. Und hier unten wird dann in mein x der Inhalt oder der Return-Wert, also das, was hier zurückgegeben wird, wird in mein x reingeschrieben. So, jetzt haben wir aber ein kleines Problem. Wir haben offensichtlich hier einen Fehler und dieser Fehler bedeutet so viel wie, hey, deine Funktion gibt was zurück, aber das hast du nicht angegeben. Kotlin hat ein Typ-System. Das heißt für uns, Kotlin erwartet, dass wir die richtigen Typen angeben. So, wie ich hier sagen muss, a ist vom Typ ganze Zahl und b ist auch vom Typ ganze Zahl. Deswegen kann ich hier jetzt nicht einfach Hallo Welt reingeben. Ja, das funktioniert nicht, dann kriege ich hier einen Fehler raus. Genauso wenig kann ich einfach sagen, hey, schau mal, hier wird was zurückgegeben, obwohl die Funktion nicht erwartet, dass was zurückgegeben wird. Das heißt, ich muss meiner Funktion sagen, diese Funktion gibt immer, immer, immer eine ganze Zahl zurück. Denn wenn ich zwei ganze Zahlen zusammenfüge, dann kriege ich wieder eine ganze Zahl raus. Und das mache ich hier oben, ja, also direkt hinter diesem Klammer zu, also die normale Klammer zu und die geschweifte Klammer auf dazwischen, kann ich angeben, was für ein Typ mein Return-Wert hat. Also das, was ich zurückgebe. Und das ist in unserem Fall jetzt hier gerade ein Integer. Die Typbezeichnungen sind genau dieselben da, ändert sich rein gar nichts dran. Ich kann hier sagen, ich gebe ein String zurück, ich kann hier sagen, ich gebe ein Blah zurück, wobei Blah für alles steht, was ihr bislang kennengelernt habt. Also Byte, Long, Unsigned Byte, Unsigned Integer, String, Array, alles. Da geht alles rein, okay? Ich kann aber auch einfach sagen, ich gebe eine ganze Zahl zurück, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Gut, und schon geht mein Fehler weg. Das heißt, ich bekomme hier keinen Fehler mehr. Und meine Funktion sagt, okay, du möchtest offensichtlich eine ganze Zahl zurückgeben, ist hiermit genehmigt. Und wenn ich diese ganze Zahl jetzt zurückgebe, dann wird die in die Variable reingeschrieben, die ich hier unten angegeben habe. Okay, so, das ist jetzt erstmal die Grundlage. Jetzt wird allerdings mir hier nichts mehr ausgegeben auf der Konsole, denn ich habe ja hier nirgendwo ein Printline. Der Unterschied ist ganz, ganz wichtig. Printline gibt euch auf der Konsole, das heißt auch so, dass es der Benutzer lesen kann, dann gibt euch das, das Ganze aus, auf der Konsole, so dass ihr es lesen könnt. Während dieses Return, das gibt es an den aufrufenden Code zurück, so dass ihr damit weiter rechnen könnt. Also ich kann jetzt hier unten ein Printline von x aufrufen, ups, von x aufrufen. Ich kann aber hier auch zum Beispiel nochmal Printline von, wobei, nee, warte, wir machen das anders. Wir haben hier noch eine Variable y vom Typ int, die ist dann gleich x und 4. Das heißt, x plus 4 wird hier in mein y reingeschrieben und jetzt gebe ich mein y aus. Das kann ich dann nur tun, wenn ich hier natürlich auch wieder Zugriff auf mein x habe, sprich auf den Return-Wert aus dieser Funktion. Und jetzt sehen wir hier, aha, jetzt wird 15 ausgegeben. Warum denn 15? Na ja, das ist offensichtlich gleich 11, das wird in x reingeschrieben und dann rechne ich hier x plus 4 und schreibe das in y rein. Also 11 plus 4 ist offensichtlich 15 und dann gebe ich dieses y hier aus. Ja? Wichtig ist auch, ihr müsst nicht jedes Mal eine neue Variable dafür definieren. Ihr könnt auch einfach hier sagen, hey, ich möchte ganz gerne mein x jetzt auf x, also auf add x,4 setzen. Und dann möchte ich ganz gerne x ausgeben. Damit überschreibe ich den Wert, der hier in x steht, nachdem ich diesen add-Aufruf hier ausgeführt habe. Okay? Es ist vielleicht alles sehr, sehr viel zu verarbeiten, deswegen probiert es selber aus, schreibt euch selber Funktionen, vielleicht einfache Funktionen. Als kleine Übung würde ich euch gerade mal die Minus- oder Subtrahierend-Funktion empfehlen. Die ist auch eigentlich sehr, sehr simpel. Und ja, das ist eigentlich ganz cool. Eine weitere wichtige Sache hierbei ist, wenn ihr Code hier unten drunter habt, ja, also hier unter diesem Return, dann wird euch auch direkt schon der Fehler ausgegeben, oder nicht der Fehler, eine Warnung ausgegeben, dass dieser Code unreachable ist. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, das ist ziemlich klein, ich kann es wie gesagt nicht größer stellen. Aber unreachable bedeutet, ihr könnt diesen Code niemals erreichen. Denn wenn eine Funktion ein Return erreicht, dann geht sofort dieser Wert zurück und die Funktion wird beendet, also danach wird kein Code mehr ausgeführt. Ihr könnt wirklich diesen Code niemals erreichen. Also dieses Printline-meh wird, egal wie oft ihr die Funktion Add aufruft, niemals ausgeführt. Wenn ich jetzt natürlich dieses Printline-meh hier oben ausgebe, vorne dran, dann wird das natürlich zweimal ausgegeben, ist ganz klar. Der Code ist erreichbar, der wird auch immer ausgeführt. Aber unten drunter, unter Return, wird kein Code mehr erreicht. So, warum ist es dann überhaupt sinnvoll? Und warum geben wir nicht einfach den letzten Wert zurück? Warum machen wir das nicht ganz unten? Naja, ganz einfach, ihr könnt hier zum Beispiel das Ergebnis x haben, indem ihr, ey, ihr könnt zum Beispiel ein bedingtes Return haben. Also zum Beispiel, wenn x größer als 5 ist, Return x. Und ja, die Klammern sollte ich vielleicht ordnungshalber noch hinschreiben. Ansonsten, sagen wir Else If, ja. Also für den anderen gesetzten Fall, dass x kleiner als 5 ist, oder sagen wir sogar kleiner als 0, dann geben wir Return 0 aus. Und ansonsten für alle anderen Fälle, also wenn die ersten beiden Fälle hier nicht zutreffen, dann geben wir 5 zurück, ja. Das heißt, im Endeffekt haben wir jetzt hier drei Fälle. Wenn x größer als 5 ist, geben wir x zurück. Wenn x kleiner als 0 ist, geben wir 0 zurück. Und ansonsten geben wir 5 zurück. Das ist kompletter Quatsch. Macht nicht wirklich Sinn. Also eine Additionsfunktion ist das natürlich nicht mehr. Aber der Fall ist jetzt hier folgender. Wenn ich jetzt diese 15 zurückgebe, dann bin ich an diesem oberen Fall hier. Wenn ich hier jetzt ein Printline meh reinschreibe, klar, das wird nicht mehr ausgeführt. Während wenn ich jetzt allerdings hier unten in diesen Else-Zweig dieses Printline meh reinschreibe, dann wird das durchaus noch ausgeführt, wenn ich zum Beispiel hier meine Funktion, also fun add zum Beispiel mit 2 und 3 ausgebe zum Beispiel oder mit 1 und 1. Und nein, das ist keine Schleichwerbung. Genau, dann wird hier einmal meh ausgegeben und dann füge ich hier auf diese 2, die ich jetzt in meinem x habe, füge ich nochmal 4 hinzu, hier unten in diese anderen Funktion oder in dem anderen Aufruf. Und dann bin ich offensichtlich größer als 5. Das heißt, das meh wird nicht das zweite Mal aufgerufen. Okay? Also es macht schon Sinn, dass man diese Freiheit hat, dass man dieses Printline auch noch überall reinschreiben kann. Aber ja, natürlich, wenn ihr einen Return erreicht, irgendwo im Code, dann ist da eure Funktion beendet. Das heißt, danach wird kein Code mehr ausgeführt. Es wird einfach zurückgegeben. So, ich lösche das hier wieder raus, denn das gehört nicht in eine einfache Additionsfunktion rein. Es ist einfach nicht das, was man erwarten würde. Okay, cool. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles zu Return-Werten. Ich weiß, das war jetzt harter Tobak, diese drei Videos. Wichtig ist, dass ihr dazu ein bisschen übt. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Wir machen natürlich auch noch ein bisschen was hier dazu. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.